Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge zum Schmuckhaus. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, den es noch nicht aufgefallen ist, die Augen bewiesen sich. So, dann gehen wir mal los. Ihr wollt nie... So. Dann schauen wir mal hier. Da ist ein Teil. Und hier ist wieder ein Teil. Meine Kette sieht gerade auf meinen normalen Stuhl. Ich sehe hier gerade auch so ein Teil. Das ist ein bisschen ungewöhnlich zu drücken. Weil man hier ständig nach hinten nach vorne fällt. Und alles nicht so super gut sieht. Ja. Wenn ich das hier so habe. So. So. Den Hammer habe ich hier noch nicht wirklich gefunden. Mal wieder 10 Tipps. Um. Um. Ich bin zu mal ein paar Korn. Ich bin zu mal ein paar Korn. Okay. Vielen Dank. 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 Ich habe Angst vor Mäuse. Nee, ich habe meine Kasse. Ja, die könnte ja die Mäuse jagen. Und so ist eine Mausversteck. Ja, das 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 ist eine Mausversteck, wenn ich irgendetwas mache. Ähm, ja. Ich hör jetzt mal auf hier gleich. Und dieses Mal mache ich ein Cut. Ähm, diesmal ist das, ähm, jetzt mal so. Ihr könnt nichts sehen. Diesmal sage ich auch mal auf Wiedersehen und ich tue ihr ganz verlassen. So, ähm ja. Auf Wiedersehen. Ähm, ich würde mich immer wieder freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Oder mir in die Kommentarliste schreibt. Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe mir, ähm, ja gesagt, so Infobots, äh, gemacht. Da wird dann, habe ich erklärt, was mache ich. Ja, ähm, ich habe auch natürlich eine E-Mail-Adresse. Das ist einfach benjamin-matz.youtube.at-dmx.de Und da könnt ihr mir eigentlich immer irgendwelche Sachen schreiben, wenn ihr es dann mal nicht unbedingt in die Kommentarliste schreiben möchtet. Könnt ihr darüber mich immer wieder anschreiben. Ich schreibe natürlich immer zurück, wenn es geht. Ja. So. Dann werde ich auch auf Wiedersehen. Bis zu einem neuen Video von Benjamin Schmatz. Tschüss. 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 Vielen Dank.